und damit herzlich willkommen meine lieben freunde alle zuschauer ich bin's respawn lp von unserem kanal alpha gaming und heute mal mit einem etwas anderen video ihr habt jetzt in diesem ich sag jetzt mal intro gesehen eine 100 und das bedeutet heute mal ein etwas anderes und zwar wir haben die 100 abonnenten geknackt wir sind jetzt bei etwas über 100 abonnenten und ich habe mir gedacht ich mache dazu jetzt einfach mal ein special hier ihr seht unseren kanal so sieht er aus hier sind unsere videos es sind das letzte ist vor sieben stunden laut einem des aktuellen stands hier 1846 am 12.01.2016 am 12.01.2016 ist es auch noch wenn ihr das video seht so und ich habe mir jetzt gedacht ich mache jetzt einfach mal ein kleines special und zwar habe ich mir gedacht ich rede jetzt einfach mal ein kleines bisschen und bedanke mich auch einfach noch mal sehr bei euch für die knapp 100 abonnenten für eure ja dafür dass ihr für uns da seid dass ihr uns fördert dass wir weiterkommen dass ihr uns einfach zeigt hey leute ich mag eure videos ich ja ich gebe euch ein abo und vielleicht auch like und das gibt mir auch einfach noch den ansporn weiter zu machen ich habe wir wir haben wir wir reden ja wir wir haben jetzt über 100 abonnenten und das bedeutet wir nähern uns der der grenze des des anfängers also wir wir schreiten der grenze des anfängers ab also wir gehen von ihr weg und gehen immer mehr in richtung wir müssen besser werden beziehungsweise wir müssen nicht besser werden unsere videos sind eigentlich schon auf einem relativ guten stand bloß die sache ist die wir wir steigern uns selber wir geben uns selber den ansprach qualitativ hochwertiger zu werden so richtiges deutsch und ja es ist einfach für mich und auch für für commander zero einfach der ansporn wir haben jetzt über 100 abonnenten haben uns richtig gefreut als wir gesehen haben dass wir in den dreistelligen bereich gekommen sind ich hätte nicht gedacht dass es in so kurzer zeit passiert ich weiß gar nicht als wann ich das letzte mal geguckt habe wie viele abonnenten wir haben ich habe sie jetzt auf jeden fall gesehen heute gerade erst und da habe ich mir gedacht ja komm mach ich doch einfach mal ein special dazu so und da rede ich jetzt einfach einfach nur ein bisschen bedank mich einfach bei euch und ja erzähle vielleicht noch mal ein bisschen was über unseren kanal auch jetzt vielleicht warum jetzt gerade skyrim wurde jetzt hochgelandt vor einem tag und vor zwei tagen hardcore und davor vor zwei wochen also die sache ist die commander zero und ich wir gehen ja halt zur schule beziehungsweise wir gehen zur arbeit und da ist halt das problem wir lernen beide wir sind beides noch lehrlinge und die sache ist die wir lernen einen handwerksberuf und zwar dachdecker das solltet ihr vielleicht eventuell auch schon mitgekriegt haben wenn ihr minecraft hardcore ich weiß gar nicht war das folge 2 3 irgendwie sah da haben wir das gesagt dass wir dachdecker lernen ich glaube commander zero hat das auch schon mal vorher erwähnt dass er dachdecker lernt und ich bin halt auch ein lehrling und die sache ist die wir hatten schule in der schule habe ich meinen computer nicht dabei weil ich mich da mehr auf die schule konzentriere weil ich halt den anreiz auch habe meine schule ordentlich zu machen und da kann ich halt dann keine videos produzieren klar ich könnte vorher weiter produzieren und äh zeitgesteuertes upload machen das funktioniert ja das ist ja gar kein problem dass jeden tag ein video kommt ähm das habe ich leider nicht geschafft aber ja und mh ist halt alles kompliziert und jetzt äh sind wir aus der schule wieder raus ich bin jetzt äh wir sind jetzt wieder arbeiten es ist heute dienstag gestern ähm ja war das halt nach äh ja das war ja knapp zwei monate die ich jetzt nicht gearbeitet habe und da dann abends sich noch wieder an den rechner zu setzen um äh wieder ein video zu produzieren und äh und äh schneiden und hochladen war dann für mich äh äh eher so eine sache äh ich habe es nicht geschafft weil ich war so fertig äh anstrengende arbeit äh viel geschleppt habe ich und von daher bin ich dann auch froh gewesen dass ich gestern am zuhause war heute habe ich mich wieder eigentlich wieder dran gewöhnt und ja und von daher wollte ich jetzt nochmal anmerken vor zwei wochen das letzte video minecraft hardcore wird jetzt ich weiß nicht ich hoffentlich hoffentlich wird es bald wieder kommen wir haben das problem jetzt gerade momentan wir haben noch keine weiteren videos produziert bedeutet Folge 4 war das letzte was wir produziert haben und das war auch die einzige Folge weil wir beide äh weil wir Zeitdruck hatten es wird jetzt hoffentlich bald neu kommen es werden aber auch andere Seasons folgen bedeutet ich habe weitere Projekte vor mit euch ähm ähm er sehen wir hier er halt möchte jetzt Battlefront spielen er hat nebenbei auch noch Skyrim laufen ich werde höchstwahrscheinlich vielleicht eventuell nochmal Life is Strange 9 Teile spielen ähm Hardcore wird auf jeden Fall weiterlaufen bis wir sterben und ja das ist halt einfach das was ich jetzt nochmal so sagen wollte äh zu der Sache und hier sehen wir nochmal unsere Kanal Beschreibung ich will mich auf jeden Fall nochmal viel sehr herzlich bei euch bedanken nicht nur meinen Namen sondern auch von dem von Commander Zero wir beide bedanken uns sehr dass wir es bis jetzt schon so weit geschafft haben ich weiß ich bin noch nicht lange dabei aber trotzdem bin ich selber stolz auf meine Leistung und auch auf seine Leistung dass wir das jetzt schon so weit geschafft haben dass wir die dreistellige Marke geknackt haben und ich bin einfach glücklich dass wir nicht so schlecht ankommen beziehungsweise ja dass es nicht ganz so schlecht für euch ist also man selber fragt sich dann ja auch immer hm waren meine Videos denn gut und anscheinend sind unsere Videos ja gut sonst wären wir jetzt nicht schon im dreistelligen Bereich und ich will mich einfach bei euch bedanken für alles was ihr bis jetzt schon für uns getan habt und wir werden versuchen unsere Videos qualitativ hochwertiger zu gestalten wir selber geben uns den Ansporn und ja aber falls dann mal kein Video an einem Tag kommen sollte entschuldige ich mich schon mal dafür auch in Commander Zeroes Namen dass halt arbeitsbedingt nicht unbedingt jeden Tag ein Video kommt wir versuchen es so gut wie es möglich wir werden produzieren wenn wir Zeit dafür haben ähm und dann hochladen und ja das ist einfach das was ich nochmal was ich jetzt unbedingt loswerden wollte das liegt bestimmt nicht nur meinem Interesse sondern der von Commander Zero ist es bestimmt auch also sein Interesse und ja das war es eigentlich schon von meiner Seite ich wollte mich einfach bedanken für die über 100 Abonnenten ich finde es einfach sehr schön und freue mich auf weitere 100 Abonnenten und ja dann sag ich jetzt auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten